Welcome to the future Hallo Petrus hier und herzlich willkommen ins 100 Abonnenten Special auf meinem Kanal Heute spielen wir eine Runde live oder zwei Runden auf dem neuen Terminal Server und zwar mit der Only Magno Weil ich spiele also ich werde das nachher dann aus dem Kino Modus abfilmen weil ich kein bock habe auf so wenig auf so wenig FPS ich spiele aber gerade live das erkennt man vielleicht ups was war das denn also extrem schwer nur mit der 44 ja über was wollte ich heute reden eigentlich über gar nichts danke an 100 Abonnenten ähm was kann ich noch sagen ja ich finde gerade ich habe wenig live kommentare jetzt gemacht deswegen bin ich gerade etwas etwas äh sprachlos ja ja ich wollte eigentlich ein Special mit meiner Freude machen aber das kommt dann beim 150 beziehungsweise 200 Abos Special je nachdem wie geil ihr drauf seid aber wenn ihr da ja so geil drauf seid wird es eher ein 150 Abos Special werden also also ich spiele mit der Magnum und ja Standard halt Fingerfertigkeit schnell zieh und Moment und Stalker und die Magnum spiele ich mit gar nichts da da ich nur die Magnum verwende wird es ein relativ schlechtes Gameplay so wie es aussieht da ich schon wieder 5 Deaths in Folge getrackt ich hoffe das Video wird euch gefallen ich labe jetzt etwas Scheiße noch ein bisschen die zweite Runde werde ich mit etwas anderem Only spielen das werde ich mir dann noch überlegen Wir wurden besiegt Wir müssen uns nächstes Mal mehr anstrengen So 3 zu 5 Ok mit nur der Pistole von mir aus nächste Runde spiele ich dann Oh nie Sniper nur AS 50 Sprengkommando Also Was ich noch sagen wollte Gerade ging es richtig ab mit den Abos Ich habe so 45 Abos in einem Monat bekommen Richtig geil nochmal Danke dafür und die 10.000 Views haben wir auch schnell geknackt und dann haben wir direkt ja auch noch die ähm die 11.000 Views dazu geknackt das war richtig geil Hat mich sehr gefreut Boah und was für der Oh Mpc mit Attentator natürlich Lappen So ich bin gerade aufgestanden wie man vielleicht hören kann ich bin auch etwas müde Wenn ich gegen solche Penner spiele dann werde ich gleich wieder wach Oh Oh Das ist Das ist hart cool Oh yeah So da habe ich auch mal Ich habe eine Drohne Deine Baus Oh dann bitte natürlich Attentäter natürlich Attentäter so wo ist der? Boah Boah So ein Lauch Oh Tundele Nächste Runde werde ich dann mal einfach nur snipen Ja ich hoffe mal das ist jetzt nicht allzu langweilig für euch aber ich denke mal 100 Abonnenten Special ist auch noch nicht so groß aber ja Nächste wird auf jeden Fall etwas viel größeres ich habe jetzt gerade nur nicht so alt wie Zeit ich war jetzt erst es war jetzt zwei Wochen eigentlich so gut wenig zu Hause ich habe nur noch ein paar Clips hochgeladen die ich noch hatte und ich kassiere gerade wie das 12 schlechtestes Gameplay ever was ich gespielt habe geht natürlich sehr auf die KD zum Glück spiele ich mit meinem Kumpel auf dem See Oder haut gern Yeah Ja Wer ging da gebaut? Oh nur in der Sicht Also selbst zu 13 Null Was weiß ich Yeah Komm noch rein zu diesem komischen Geschütz Makros Oh Neck Neck Oh So Mach nicht mein Geschütz kaputt du Lappenlauch Ah war ja klar So Oh 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 je Was Wie kann er Er war doch Egal Wenig zu dauert Ist jetzt ein schön langes Sprengkommando Kann ich vielleicht sogar noch die erweitert die verbesserte Drohne erreichen Oh Oh Yeah Sogar mit Killcap Guckt mich an Ich bin einfach zu cool für euch Ja Was kann ich noch sagen Ich hab im Moment 107 Abos Und 11.000 Views Und Ich fänds cool wenn ich Wenn ich jetzt nach dem Video Wenn ich irgendwie 115 bis 120 Abos Das ist natürlich sehr viel Und vielleicht sogar die 12.500 Views packen können Wenn ihr mir dabei helfen würdet Fänd ich super geil Aber ihr seid ja so cool Das Denkt mal das würdet ihr auch machen Also bitte Verteilt das Video Beziehungsweise zeigt anderen Leuten Einen Kanal wenn ihr denkt Dass ich drauf hab Wenn ihr denkt dass ich nicht drauf hab Dann auch Dann sagt ihr mal guck mal hier Guck dir mal den Lappen an Guck dir den Lappen seine Videos an Der ist so lappenhaft Dass der schon wieder cool ist Deswegen Ich fände das richtig geil Wenn ihr mich etwas Mehr verbreiten würdet Weil ich bin jetzt ja auch schon Über ein Jahr auf YouTube Und 107 Abos Das haben man ja schon nach 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 einer halben Sekunde Ungefähr So wie ich es auch So wie ich manche kenne Yay Komm Noch eine zur verbesserten Drohne Dann kann ich das Gameplay sogar Kann ich das sogar nehmen Mit der Service Oh Nur Assists Was der Witz Nur Assists Rennen Boah geil Hau rein Jawoll Wieder die Kill Cap Sogar mit verbesserte Drohne So Das Gameplay Endstört 12 zu 19 Für ein Only Markup Von mir aus Bekamern muss man nicht Egal Ich bin Live Commentary auch nicht schlecht So Und jetzt werde ich nochmal eine Runde spielen Und zwar aber mit anderen Weapons Ne So 87 Punkte Läuft Deathmatch auf Terminal So Jetzt spiele ich Ich wollte ja auch nicht Ach komm lass mal auch nicht Sniper spielen Alles wünsche ich mir eine neue Lieblingssniper Deathmatch richtig geil Da kommen die alle von da gegart Da war doch schon einer Yeah Was Okay So Lappen 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 Boah Der ist cool Boah Der hat so da drauf Wo Hä Was Oh Gott Flugzeug wie die letzten Maden So hier Nein ich darf ihn nicht lassen Lappen So Lappen 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 Zahlen Kann man den rauswerfen Oh Abstimmungen sind Standplay ist sehr schlecht aber ich hoffe mal ihr Ihr kennt die viele arbeit hier an so ein video zu laden das wird mich ungefähr 20 stunden an Rändern brauchen und 25 stunden an hochladen wenn ich es einfach drauf hab Bald müssen wir einen neuen pc her beziehungsweise vielleicht kaufe ich mir noch einen mac Genau das könnten wir auch noch reden Also mein Kumpel hat so einen richtig fetten mac So einen für 200.000 euro selber noch aufgemotzt Er kann so ein video in 3 sekunden rennen So einen habe ich mir auch überlegt als ich mir wollte aber da müsste ich ein ganzes jahr dafür arbeiten ungefähr Aber man kann es ja mal Da war ich schon wieder drauf So Bin ich nicht drauf oder Insider Oh yeah Krass hier Ich würd sagen Er nicht tot Nee ich spiel jetzt only Sniper und only Entschuldigung das zieh ich durch Scheiß auf KD und so weiter So Wo Flutzeit kommt Kommen die her Boah das gibts doch gar nicht Ach ich hoffe mal dass euch das Video einfach gefällt und meine Art zu labern weil ich bin einfach nur Stockscheiße Scheiße Dumm Und so weiter Wenn ihr denkt dass ich hack Wart mir auch schon ein paar anderes Video gibt Ihr seid voll korrekt drauf Ich mag euch wenn ihr das hier seht Sagt mir dass ich hack Wau Wau Guter Holt Das haben Only die Pros Da Pros Dios Sie ist halt da Das kann das sein werde ich von so Lappen geholt Egal ich spiel ja auf nem Server falls einer wieder f出igt oder tragen will Ich kann jetzt nicht es wird vielleicht einen Platz hier oder and WAS Unsere Aufklärungs-Tronne ist online Live-Tronterries sind immer was schweres Alter, wie lange dauert das denn eigentlich? Wo denn bitte? Leck Wo war der denn? Weide der Stronne im Anflug Komm her Echt, das wäre doch egal Da war ich eigentlich auch drauf, habe ich noch eine andere? Ich werde jetzt immer auf dir, Mr. Herr Geht mir glaube ich vielleicht mehr Okay, jetzt werde ich, ich werde es jetzt spielen, wenn die ACR Geil die aussieht Ich glaube ich werde danach noch eine Runde spielen mit der ACR, dass ich auch mal noch einen guten Teil vom Gameplay habe Ja, das mache ich, dann wird das Gameplay zwar übermessern, aber dann hoffe ich, dass ich mindestens 20 Lights haben kann Das ist jetzt, das ist das Ziel, 20 Lights Für dieses Gameplay Also wer es überhaupt zu lange anschaut, ich habe ja keine Ahnung Vielleicht 30 und Gameplay, ich bin verrückt Aber Egal Ich habe mal Oh, schon wieder Killcam Ich habe schon einfach der Killcam Maker XD So, jetzt noch eine Runde mit der ACR Ja, Herrschaft auf Terminal, da hätten wir jeden Monus einmal durch Herrschaft Delta Team, die Ziele einnehmen Alpha wird gesichert C wird gesichert Alpha gesichert Wir sind in Führung Oh, so ein Lappen Okay Ich würde sagen Das ist ein totaler Scheiß, aber für eine 100 Abos Special Wenn euch das, also ihr könnt ja nochmal die Montage von Homet, seine Endmontage angucken Die ist echt richtig geil Und ich finde auch, die hat es echt verdient, dass man Die hat vielleicht auch ein Favo verdient oder vielleicht ein Favo, je nachdem was wir machen Aber Homet wird jetzt in ein paar Wochen nochmal mit mir ein Duel machen Über die Zeit, wie es ist nach dem Zocken, wenn man aufgehört hat Da freue ich mich auch schon, weil ich traine ja den Homet im Reel Achso, ich traine ihn ja nicht Er ist auch ein sehr gute Kumpel von mir jetzt geworden Und ihm habe ich sehr viel zu verdanken Zum Beispiel, dass ich weiß, dass der da hinter der Decke steht Spaß Mit der ACR geht es doch gleich mal besser Achtung, feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet Bravo wird gesichert Ja, der Homet, der hat eigentlich das richtig gemacht, der hat jetzt aufgehört und zocken Der hat es geschafft, hat es einen Steam-Account verkauft Ich denke mal, ich werde auch Nächstes Jahr, wenn nicht noch dieses Jahr aufhören, wenn mein Kumpel hat auch schon wieder aufgehört zu zocken Der hat den der Account gehört, der hat aufgehört zu zocken Ähm Deswegen Denke ich Also wenn mir Black Ops 2 nicht gefällt, dann würde ich aufgehört zu zocken Oder zock noch ein bisschen im 2 weiter, hol mir vielleicht einen besseren PC Weil ich ja so geil bin Boah, ich habe es einfach überhaupt nicht drauf heute Morgen Ja, und dann mal gucken Also das Video wird jetzt dauern Ich schätze mal, wenn ihr das seht, dann ist wieder Abend, beziehungsweise wieder Morgen Ich habe ja keine Ahnung, wie geil mein PC ist Oh Gott, müssen gegen alles so dunkel sein Die ganze Zeit von überall werde ich geholt, egal von wo, aber Salami Salami Da heißt einer Salami, falls ihr denkt, dass ich dumm bin Aber da heißt einer Salami, deswegen habe ich gerade Salami gesagt Ja, natürlich Da hinten sind alle 5 Leute und ich muss natürlich gegen den laufen Ich könnte wieder ausrasten Menschen Ja, aber auch Natürlich, und der weiß natürlich Ja, natürlich weiß er das Ja, genau Genau Oh, wie viel hat der denn? Ohhhh Lappen Wo ist der denn? Oh, wie viel hat der das? Mula oder was Ich habe mich jetzt in den Krook Ich habe mich jetzt in den Krook Hey, zurück! Wow, es ist ein Predator. Sie haben Faced Khan. Ooooooh! Double! Schön, Heli! Circulant lol Klar bist du! Dich! Verpiss dich! Zeig beide! So, haut ab! Oh yeah! Wir haben C verloren! Scheidliche Aufklärungsdrohne gesichtet! Ha! Opfer! Aufklärungsdrohne online! Alpha wird gesichert! A gesichert! Das hätte ich eigentlich sehen müssen! Aber... Was? Du hast ja einen B verloren! Das ist doch... Ja, ich bin drauf! So ist gut! Alter, das wird doch noch ein bisschen was! 18 zu 12! So, jetzt kommt her! Bitte! Komm her! Ja! Achtung Delta Team! Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet! Wie gesichert! Ich bin drauf! Aufgegangen! Uh! Natürlich! Kein Aufsatz! Hauptsache ein Gold! Lappen! Weisliche Aufklärung! Eine Drohne gesichtet! Wir verlieren B! A wird gesichert! Egal! Der Spawn ist immer übergegangen! Der Spawn ist immer übergegangen! Was ist das, Marker? Läuft alles, alles gut Ich habe verloren, was? Ich sehe doch gar nichts, blöde EMP Du Arschi Okay, woher wusste er das? Woher wusste er das? Wir haben keine Drohne oder so Ja, Lauf, mach es noch ein bisschen unauffälliger, bitte Zwei mal hintereinander das Gleiche Generiere Ja, du, du, du Ja, ja, ja! Wir gucken jetzt jede Klickern an, wenn ich Lust drauf habe ok so 26 16 im moment sehr gut akzeptabel woher denn? ich hab den gar nicht gesehen jawohl hol ihn, so ist gut so 29 19 kann man lassen also dann ich wünsche euch viel spaß noch heute wenn ihr das überhaupt noch heute seht wenn nicht ich verabschiede mich und haut da rein servus